Naja, komm. Sind wir soweit? Ich muss mit Krempel hier. No, dann. Ah, nicht in dem Ton, ne? Bitte. Wanda, geh weg. Wanda. Ich quesse da. Also, jetzt bin ich hier mit einem Infight, muss ich sagen. Oh, fertig. Guten. Hab ich doch gerade. Wieso kann ich nicht? Oh, Mann, ey. Wieso? Ja. Oh, das ist das Wort, das ist das Wort. Du brauchst ja nicht mehr zusammenreißen. Dein Ruf ist schon ruiniert. Die Quest da. Da ist ne Quest. Da. Ja, weiß ich. Ich muss mir hier die Hapien machen und so. Ja. Ja. Ein herrlicher Tag zum Fliegen. So. Den muss man die ansprechen ohne Weg? Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Alter, komm, hier alles, ihr find's scheiß. Kick doch mal. Was soll ich kicken? Was soll ich kicken? Wie? Ich weiß es nie, wie ich kicken soll. Du, du sterbst gleich. Habe ich gesagt, ja. Tu doch was. Kannst du mal bitte nicht so ins Mikro schnauben? Entschuldigung. Entschuldigung. Dankeschön. Bitte. Habe ich. Kann man die, kann man die nicht? Kann man nicht. Und die Fische. Ja, dann ich tue mal. Du brauchst du für die kochen. Ja, mach. Dann kochst du was Leckeres. Kannst du schon viel kochen? Nee, da sind sie sie ja. Und da schmeißt das Ding doch mal da rein, wo es hingehört. Es gibt ja so ein, so ein Ding, wo man diesen Schwimmer vergrößern kann. Ja. Aber ich dachte, er ist nur größer, damit man sie wohl ist. Der ist dann riesig. Habe ich mit Kaiser. Aber da hinten sind auch noch Fische auf der anderen Seite gegenüber. Könnt ihr da angehen gehen? Ich hab keine Fische. Ich hab das nicht gelernt. Du hast es nicht gelernt, ja? Nein. Hm. Soll ich mal lachen, ja? Hm? Ha 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 ha. Und natürlich. Aber ich mach nur die hier, dann... Ach, mach ruhig. Das stört es nicht. Und deine Fans gucken gerne zu, wenn... Wenn ihr schauen oder was. Mit drei Fans. Mhm. Aber ihr seid die besten Fans. Mhm. Dankeschön. 25 Fische. Geilte Sache. Kann aber nicht das stimmen, irgendwie. Perfekt gelandet. Haha. Was steht der denn hier? Ungezugig Angel oder was? Mhm. So, schon weg. So. Guck, spät, Junge. Oh, hier. Hm. Jetzt aber. Abgeben. Das ist noch ein Rahmen auch, ne? Gegenüberliegen hier. Bis dahin? Den wollen wir schnell machen, oder was? Mhm. Hm? Aha. Wo? Ist er gerade tot, oder was? Unwahrscheinlich. Okay. Oder muss man hier irgendwas machen, damit er kommt? Na geil. Ja. Abgeben. Modermoder, das ist ja mein Name. Oh! Bist du angegriffen? Hm. Nö. 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 Läuft's bei dir? Ich lute mal. Ja, mach mal. Socke, ey. Nennt so, schlüpfer mich socke, ja? Stinke Socke. Hm. Stinke schlüpfer. Na, hier schwimmen wir. So, wir können jetzt nach links irgendwie, oder nach rechts. Wingen Chris. Rechts. Da wollten wir hin, oder nicht? Ich hab hier noch was behandelt, den fiebrigen Forscher. Ich glaub, das muss ich machen. Hm. Hm. Ah, fuck you. Oh. Hä, hä, hä. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Puh, weiss. Oh, ich. Hm, noch ne Katze dazu, ja. Er ist nix. Doch, das ist irgendwo hier, das muss in so ner Höhle sein, oder sonst scheiß, man. Ich hasse sowas. Die Katze. Scheiße auf die Katze, man. Die wird schon wieder in Rammerbohrung gezeigt. Ach, hier in der Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Höhle, nicht Höhle. 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 Schneller, schnell. Ja, hier ist ne Quest. Ja, ich will schon mal hier auch so bumm bumm weghauen und da. Ja, ich nehm's rum. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Yo. Ach ne, ist das die Höhle? Oh ja, das ist die Höhle. Wo sollen die denn sein, die Pissers? Ja, die hauen schon. Ich bin aus der Reichweite. Ich nehme in Gärten. Ich bin an eurer Seite. Ich habe kein Spiel. Ich soll hier irgendwelche verbinden, aber... Wer handelt den fiebrigen Forscher? 0-1, wo ist denn hier ein fiebriger Forscher? Ja. Die Quest habe ich mit Kaiser Franz. Ja, wo ist der... Ich habe schon unten geguckt. Unten sind nur Elite. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hier muss irgendwo ein Weg sein. Es wird ja auf der Brücke angezeigt. Hier so eigentlich wird's gerade. So, scheiße. Ah ne, das ist eine andere Quest. Ich habe die Quest nicht, deswegen... Ich bin aus dem Rücken. Ich muss näher ran. Oh. Jetzt wird er mich schon wieder woanders angezeigt. Hm. Nee, das ist ein Seelenbewahrer-Laber-Dieses. Okay, hier. Wow! Ach, hier ist er tatsächlich. Totstellen oder kämpfen? Kämpfen. EPs. Also, du bist immer geantwortet, heißt es, ne? Ja. Ich brauche ein Ziel. Gut, haben wir den. Gott, hä? Echt nicht. Kämpfst du? Nee. Echt nicht. Ups. Pilser stehen im Weg. Total. So macht man das. Ich muss darüber, dass er hört. Was ist das? Was sagt er? Ich weiß nicht. Das klang wie Lucky Lichu. Das kann ja keiner verstehen, sowas. Das ist ein Quest-Mob, Lothar. Kurze Geschichte. Zeit halt. Das ist irgendwie einer drin oder so, oder ist der da. Lothar, hier. 107 Dämon. Nur von dem Umballon. Hm? Greift er mich an? Wollte nur mal gucken, Mann. Nee, ich glaube, der würde irgendwann später kommen. Ich glaube, ich muss sogar runter, irgendwie. Ja, ich habe hier echt. Ich bin hier mehrmals gestorben schon. Na, da warst du alleine. Ja, mit Kaiser Franz. Na, jetzt hast du mich als Programmer noch dabei. Oh, diese Katze, echt. Die macht mir Sorgen, echt. Sie ist psychisch krank. So, das ist fertig. Das soll hier sein. Ich gehe mal davon aus, dass es hier nur unten ist. Ja, ich bin da mal runtergesprungen. Und dann musste ich zu leicht, der Weg zu leicht ist scheiße. Nee, komm, sonst scheiß nicht. Dieser Quest habe ich nicht gemacht. Das ist dieser Ort, wo ich dich tausendmal gefragt habe, wie ich hier runterkomme. Hier links ist was. Äh, wo ist denn der Quest-Aufgeber hier? Guck mal, hier ist ein Weg. Nee, das ist der Ausgang. Äh, wo geht man den Quest-Auf? Guck, wobei da hinten? Ah ja. Was ist denn für den Shit? Über die Brücke. Hier kann man righten, ne? Righten. Ich weite jetzt. Aha. Hm. Hä? Wo ist die alte? Stimmt ja nicht, woher. Hä? Oben? Nee, das muss drin sein, nur irgendwo anders. Nee, wenn es drin wäre, dann wäre es grau. Oder? Hä? Ich habe die Katze hinter meinem Kopf. Ich denke, dass sie drin sein muss. Nicht? Ja. Hm. Ich glaube nicht. Oh, egal. Guck mal, jetzt wird ja auch Geld angezeigt. Und draußen wurde auch Geld angezeigt. Kann ja immer Geld angezeigt werden. Alter, das ist eine Scheiße. Aus dem habe ich die Quest schon mal gemacht. Und das war nicht so kompliziert angekommen. Damals. Das kann nicht sein, die wird ja da angezeigt. Hm. Da parkte. Gibt es hier mehrere Ausgänge. Wieso kann er fliegen, da? So gesehen, der flog jetzt durch. Ja, was ist denn jetzt? Wie machen wir das jetzt? Vielleicht hier unten. Ja, genau. Es stimmt, ist das dort. Ja, was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Ja, was habe ich gesagt? Ja, was ist das? Ja. Ja, was ist das? Sonst kann ich nicht. Achso, jetzt einen anderen. die jetzt er sitzt jetzt auf dem rechten mit dem zur wand und startet die und jetzt redet ming die so einer ich glaube nie merken dich nicht ich bin kurz vor nicht mehr lange am leben ich bin gleich tot eh oh shit 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 und tot mein gott tolle sache wieso bist du tot ach komm frag mal lieber nicht nix komm jetzt wieder rein in den scheiß hier fuck auch und 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 Vielen Dank. schweißen ich bin wieder tot, ja, es gibt so eine Hälfte Ja, weiter Ja, mach Den besuch ich Ja, mach Ja, mach Ja, mach Das ist euer BG Hm Du musst da weg Der kommt gleich wieder Ja Ja, das ist ein Rassi, oder? Ja Schössi Ja, das ist ein Rassi, oder? Ja, das ist ein Hibble-Turner, naja, oder was? Können wir machen, ja War ne Frage Ja Ja, ich war wohl Dass ich gerade se science- Ja Ja Das ist nur ein Buch. Kann ich. Was ist das denn da? Das ist eine Giste. Ach ja, und dann muss man den jetzt gleich angreifen. Letztens hatte ich den nicht runtergetreten, dann musste ich mit dem kämpfen. Der Himmel ruft nach mir. Der Himmel richtet euch. Ach, hier kann man reparieren. Gut. Warte. Draußen? Ein herrlicher Tag zum Fliegen. Ich würde es verkaufen, ne. Ja. Ja. Cool. Cool. Ich muss näher ran. Jetzt muss man hier diese Flammen löschen. Ouch. Jetzt kann ich nicht angreifen. Ja. 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 Schliffst du, oder? Bitte? Ob du schläfst? Ob du schläfst? Nein, ich schlafe nicht. Mhm. Gut. Schön. Ja. Kann ich dich auch fragen. Ja. Hast du das mit dem Wind, äh, dem Totem jetzt hier? Mit welchem Totem? Totem. Mit welchem Totem? Du musst doch das mit dem Totem bekommen haben, gerade mit dem Typen, wo du die Feuer löschen sollst. Hab ich. Ach, schön. Cool. Ist hier. Ne? Genau. Und sonst so? Mir geht's gut, ja. Danke. Die alten müssen wir auch umballern. Also wenn wir das Bonus-Ziel hier machen wollen. Ja, ich weiß. Ja? Und magst du das Bonus-Ziel machen? Ich bin sofort bei dir und erfülle deine Befehle, weißt du? Was soll denn das schon wieder, Alter? Ja. Ich mach nur das, was du willst, das nicht machen. Das stimmt ja mal überhaupt nicht. Ich fragte, ob du das Bonus hier machen möchtest und dann sagst du, ja, wir wollen mehr Führer. Und dann müssen wir den, so, dort. Du musst dir das wirklich mal anhören, wie du was sagst. Ich kann aber. Ja, tu ich auch. Und die Gegner hier. Ich kann mich nicht angreifen. Oh, er geht so. Ach, er ist immer noch zu Hause. Da oben ist noch ein Adler, ja. Hatte die Pitches, geht mir nicht auf, ne? Jetzt ist ja nur noch hier die Schrabbeln umgeklatschen. Können Sie sehen, wieviel Prozent das noch ist? 45 haben wir. Haben wir erst wo? Was? Ich habe kein Ziel. Hm. Hm. Ja, das ist schön, lieber. Das kann ich nicht angreifen. Scheiße, man. Das kann ich nicht angreifen. Das kann ich nicht angreifen. Das kann ich nicht angreifen. Das kann ich nicht angreifen.